Hallo, herzlich willkommen auf diesem Kanal. Heute wollen wir uns eine chinesische Aktie ansehen, nämlich die Alibaba Group. Den Namen hat wahrscheinlich schon jeder gehört. Bis 2020 ein förmlicher Hype-Kandidat und dann kam die Corona-Pandemie. Und es ging mit dem Kurs langsam, aber stetig bergab. 75% Kursverlust mittlerweile. Wir wollen in diesem Video einmal die Risiken des chinesischen Marktes an sich kurz beleuchten, wollen dann aber auch prüfen, ob der Kurs möglicherweise aus fundamentaler Sicht zumindest einen Boden gefunden haben könnte. Und wir untersuchen auch die Qualität des Unternehmens anhand von einigen Kennzahlen. Mein Name ist Max Butter von aktienbewertung.info. Und wir beginnen direkt mit der Bewertung an der Börse. Dazu sehen wir uns diesmal den Buchwert pro Aktie an, hier in gelber Farbe dargestellt. Ja, und dazu sehen wir uns zunächst mal das Wachstum der Aktie oder des Unternehmens an. Und zwar unter dem Aspekt des Buchwerts, also des Eigenkapitals letztlich, das in dem Unternehmen steckt. Ja, und wir sehen uns an, wie der Buchwert hier im Geschäftsjahr 2017 war im Verhältnis zu 2026, der Prognose der Analysten. Und da haben wir ein Wachstum von 17% pro Jahr im Buchwert. Und wenn wir das mal zugrunde legen für ein Unternehmen aus dem zyklischen Konsumbereich, dann wäre die faire Bewertung bei dem 2,9-fachen des Buchwerts. Das ist also die typische Bewertung und das ist hier diese gelbe gestrichelte Linie in der Mitte. Und es gibt einen Streubereich, 50% aller Unternehmen, die liegen hier in diesem gelben Bereich. Das wäre also der Normalbereich, das, was man erwarten kann für ein Unternehmen aus dem zyklischen Konsumbereich, zu dem Alibaba zählt. Ja, und wir können sehen, dass hier bis 2020 eigentlich der Kurs eher oberhalb dieses gelben Bands notiert hat. Das heißt, der Buchwert war deutlich höher als die Norm. Wir sehen hier zum Beispiel im Jahr 2020, sogar noch in der Corona-Pandemie, ein Kursbuchwertverhältnis von 6,4 in der Spitze. Und wir sehen auch hier im Jahr 2018 sogar eine Bewertung von einem 9,4-fachen des Buchwerts. Also die Aktie, die war sehr, sehr teuer im Verhältnis zu anderen Unternehmen. Ja, und dann wurde sie im Prinzip seit Herbst 2020 deutlich abgestraft. Also das Kursbuchwertverhältnis ist deutlich gefallen. Wir waren hier im Tief mal bei dem 1,2-fachen des Buchwerts am 31.10.2022. Ja, und ein bisschen konnte die Aktie wieder sich erholen. Jetzt sind wir aktuell bei dem 1,3-fachen Buchwert. Das heißt also, die Aktie oder das Unternehmen notiert nahe des Buchwerts und damit dem intrinsischen Wert, wenn man so will, sofern der Buchwert dann am Ende auch den Wert des Unternehmens beschreibt, was er eigentlich im Idealfall tun sollte. Jetzt ist natürlich die Frage, weshalb ist das so? Weshalb hat der Kurs so deutlich Federn gelassen? Und da gibt es im Wesentlichen drei Gründe dafür. Nämlich das eine sind die regulatorischen Eingriffe und Maßnahmen, die die chinesischen Behörden im Prinzip gegen dieses Unternehmen eingeleitet haben. Dabei ist Alibaba besonders in den Fokus geraten, als nämlich die Regierung den geplanten Börsengang von der Ant Group, das ist eine Tochtergesellschaft von Alibaba, die letztlich die Zahlungsplattform Alipay betreibt und damit letztlich dem Unternehmen Zugriff auf die größte mobile Zahlungsplattform der Welt ermöglicht. Das haben die chinesischen Behörden dann versucht zu stoppen und letztlich lief es auf eine Rekordstrafe in Höhe von 2,8 Milliarden Dollar hinaus. Zum anderen gibt es natürlich eine gewisse wirtschaftliche Unsicherheit, weil sich das Wirtschaftswachstum in China verlangsamt hat und die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie letztlich das Ganze noch verstärkt hat. Ja und dann gibt es natürlich des Weiteren noch die US-China-Handelskonflikte. Das heißt also zwischen USA und China gibt es erhebliche Spannungen, die letztlich zu Unsicherheiten führen und Alibaba ist ja eines der prominentesten chinesischen Unternehmen und war speziell von diesen geopolitischen Risiken betroffen. Und das hat letztlich zu einem gewissen Vertrauensverlust der Investoren geführt. Jetzt kommt noch dazu, dass ein D-Listing in den USA droht. Das heißt also es gibt ja einen ADR, das heißt also eine gehandelte Form einer Aktie letztlich von Alibaba in den USA an der Nasdaq. Ja und weil das Unternehmen nicht immer den Transparenzbedingungen nachgekommen ist, die dort gefordert werden, droht eben ein D-Listing, wobei das wieder etwas entschärft wurde, weil das Unternehmen angekündigt hat, dass es diese Transparenzbedingungen erfüllen wird. Ja und wer also dieses letzte Risiko umgehen will, der kann natürlich die Aktie auch direkt in Hongkong handeln. Ja und wenn es ein D-Listing geben würde, das heißt also die Amerikaner nicht mehr einfach an diese Aktie gelangen könnten, außer sie würden jetzt in Hongkong die Aktie erwerben, das würde natürlich zu einem deutlichen Kursrutsch oder zu einem weiteren Kursrutsch führen, weil natürlich das Vertrauen dann komplett dahin wäre. Ja also wir können festhalten, von der Bewertung her ist hier Alibaba doch sehr sehr günstig aktuell, das heißt also wie gesagt, man bekommt das Unternehmen ja quasi zum Buchpreis, etwas Aufschlag noch, aber wenn man jetzt mal in der Spitze das Neunfache des Buchwerts nimmt, dann wäre hier natürlich ein wahnsinniges Potenzial, schon alleine hier zu diesem Mittelwert von 2,9 wäre ein immenses Kursplus zu erwarten, wenn das Vertrauen der Investoren wieder erlangt werden könnte. Ja und sehen wir uns hier nochmal den freien Cashflow pro Aktie an im Verhältnis zum Aktienkurs, hier hätten wir eine Referenzbewertung von 20,5, also das 20,5 fache des Cashflows pro Aktie, das wäre sozusagen typischerweise das, was man bezahlt für so ein Unternehmen, was mit 21,3% wächst, das ist nämlich das Wachstum, was hier dargestellt ist und wir können hier sehr schön sehen, dass der Kurs mehr oder weniger diesem Verlauf dieses freien Cashflows gefolgt ist und der Cashflow ist auch bis ins Jahr 2022 deutlich zurückgelegt. Allerdings für das vorletzte Geschäftsjahr 2023, was ja im März 2023 schon geendet hat, ist der freie Cashflow wieder deutlich angestiegen. Ja und jetzt dümpelt er so ein bisschen richtungslos dahin, soll aber letztlich in der Zukunft wieder etwas steigen. Wir haben hier allerdings eine deutliche Schere, das heißt der Kurs konnte sich nicht mehr an den freien Cashflow, an dieses Multiple, was wir hier berechnet haben, nämlich das 20,5 fache, was typischerweise bezahlt wird, erreichen. Das heißt, wir sind aktuell bei dem 8,9-fachen und damit deutlich niedriger als typischerweise und historisch gesehen ist es sogar noch ein bisschen mehr, da sehen wir hier 25,0, das heißt also historisch in diesem dargestellten Zeitraum ist Alibaba tatsächlich mit dem 25-fachen des freien Cashflows pro Aktie bewertet worden. Und jetzt sind wir nur bei dem 8,9-fachen, das heißt also da ist ein deutliches Potenzial. Wir sehen also, es ist nur ein Drittel von dem, was eigentlich typischerweise gezahlt werden würde. Ja und ganz ähnlich sieht es auch mit dem Gewinn pro Aktie aus, hier in grün dargestellt. Auch hier die Kursübertreibung ist 2020, ja und dann dieser starke Gewinnrückgang im Jahr 2022 um 57 Prozent und dementsprechend auch der starke Kursverfall. Jetzt hangeln wir uns entlang dieses fairen Werts, das ist hier bei dem KGV von 17,3 und aktuell das KGV bei 15,7 und wir sehen aber, dass das Gewinnwachstum für das aktuelle Geschäftsjahr bei 31 Prozent liegen soll und für das Folgejahr bei 19 Prozent und das ist ungefähr das, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass der Aktienkurs dieser Gewinnentwicklung folgen würde, da wäre das das, was wir auch im Prinzip von der Kurssteigerung erwarten könnten. Ja und wie ist es jetzt um die Qualität des Unternehmens bestellt? Dazu sehen wir uns hier den Überblickschart an, wo wir im Prinzip zum einen die Bewertung als auch die Qualität des Unternehmens sehen können. Ja, das Unternehmen Alibaba wird letztlich durch die blaue Fläche repräsentiert. Je größer und je symmetrischer diese blaue Fläche, desto interessanter ist das Unternehmen aus der Sicht eines Investors. Wir sehen hier eine relativ große blaue Fläche. Die Bewertung hatten wir ja schon im zeitlichen Verlauf angesehen. Die ist sehr niedrig und das Umsatzwachstum pro Jahr für die nächsten drei Jahre soll bei 7,6 Prozent liegen. Das ist überdurchschnittlich. Das sehen wir daran, dass der blaue Bereich über diesen rot gestrichelten Kreis sich erstreckt und damit hier schon in dem überdurchschnittlichen Bereich ist. Wenn wir uns die Qualitätskennzahlen ansehen, dann beginnt das Ganze zunächst mal mit der operativen Marge. Die ist bei 12,0 Prozent und das ist auch überdurchschnittlich. Die Nettoverschuldung, die ist im negativen Bereich. Die ist hier in den Top 25 Prozent. Das heißt also, das Unternehmen ist netto schuldenfrei. Die Kapitalrendite, also wie effizient kann das Unternehmen Geld einsetzen, um letztlich zu wachsen, liegt bei 11,7 Prozent. Das ist ebenfalls in einem überdurchschnittlichen Bereich auch das besonders gut und das ist eine ganz wichtige Kennzahl, um abzuschätzen, wie effektiv letztlich das Unternehmen Gewinne investieren kann, um in Zukunft weitere Gewinne zu erwirtschaften. Und wir betrachten hier die Owner Earnings pro eingesetztem Kapital, also das, was tatsächlich den Investoren am Ende zur Verfügung steht. Wie viel kann hier mehr generiert werden durch jeden Dollar, der letztlich eingesetzt wird? Und es sind hier in dem Fall 11,7 Cent pro Jahr. Ja und last but not least den Piotros GF-Score, ein Scoring-Modell von 0 bis 9 Punkten. Da sind wir bei 8 Punkten, das heißt auch im Top-Bereich. Also alles in allem kann man sagen, aus der Sicht eines Investors ein Top-Unternehmen. Wie gesagt, abgestraft durch die ganzen Risiken, die wir eben schon erwähnt haben. Generell kann man sagen, das China-Risiko. Aber im Gegenzug bekommt man hier tatsächlich zum Spottpreis ein sehr, sehr gesundes Unternehmen. Wie gesagt, das natürlich dem Risiko unterliegt, dass es hier weiter mit regulatorischen Eingriffen oder mit Handelskonflikten letztlich konfrontiert ist. Und sehen wir uns jetzt nochmal einen Ausblick in die Zukunft an und zwar basierend diesmal auf dem Buchwert pro Aktie. Und wir sind hier mal sehr konservativ am Start. Und zwar nehmen wir hier die Referenzbewertung, also die statische Bewertung. Und zwar von den letzten zwei Jahren und da war die Referenzbewertung bei 1,8, weil das Unternehmen praktisch nicht gewachsen ist. Wenn wir uns das mal ansehen, dann haben wir hier diese blaue gestrichelte Linie. Das entspricht nämlich genau dem 1,8-fachen des Buchwertes. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Analysten sich nicht verschätzt haben, also dass die Analystenschätzungen korrekt sind und zum Zweiten der Aktienkurs letztlich wieder auf diese Referenzbewertung zurückfindet, also auf den 1,8-fachen Buchwert, dann wären wir im Prinzip in knapp zwei Jahren an diesem Punkt, der hier dargestellt ist. Und das bedeutet, der Kurs würde dann bei 119 US-Dollar stehen. Aktuell steht er ja bei knapp 75 US-Dollar. Und das würde einem Kursgewinn von 59,7 Prozent entsprechen. Wenn man die Dividenden noch hinzurechnet, die hier kaum eine Rolle spielen, dann wäre das ein Gesamtgewinn von 62 Prozent. Und das bedeutet, annualisiert, also umgerechnet auf zwölf Monate, würde das auf etwas mehr als 30 Prozent hinauslaufen. Und das ist doch recht ordentlich. Also wie gesagt, wenn hier die Risiken, die genannt wurden, nicht tatsächlich sich noch verschärfen, dann würde man tatsächlich ein sehr starkes Unternehmen erwerben zu einem relativ günstigen Preis und hätte hier doch deutliche Gewinnchancen. Also wie gesagt, das muss man sehr genau abwägen, ob man mit diesem Risiko leben kann. Wenn man sich dafür interessiert, dann muss man hier wahrscheinlich weitere Recherchen einholen. Dabei wünsche ich viel Spaß, viel Erfolg, viel Erfolg an der Börse und ich bedanke mich für das Interesse an diesem Video.